Immer mehr Autofahrer entdecken die Vorzüge eines Cabrios, auch wenn bei uns in Europa das Wetter nicht das verlässlichste ist. Aber auch kalte und nasse Frühjahrsmonate sind seit dem sogenannten Klappdach-Cabrio kein Thema mehr. Peugeot hat mit dem 308 CC einen echten Viersitzer im Angebot, der absolut ganz jahrestauglich ist. Spielt das Wetter einmal nicht mit Dach zu und man ist in einem ganz normalen Coupé unterwegs. Zeigt sich die Sonne wieder, genügt ein Knopfdruck und die Freiheit über den Köpfen kennt keine Grenzen mehr. Dass sich immer mehr Cabrio-Fans für ein Coupé-Cabrio wie den Peugeot 308 CC entscheiden, liegt unter anderem auch daran, dass durch das Klappdach Diebe abgeschreckt werden. Die Angst der Laternenparker vor aufgeschlitzten Dächern gehört somit der Vergangenheit an. Und das wirkt sich auch positiv auf die Kaskoversicherung aus.